Moin Moin Ja, heute haben wir Ich glaube den gewissen Nachkommen von Hamburg Aber was haben wir heute? 18.07.2016 Vorzeit 20 nach 9 abends Also 21 Uhr 20 Und ich habe gerade einen Heißlochballon entdeckt Und wir gucken mal, ob ihr dich eben überholen könnt In einer Höhe von fast 400 Meter Übergrund Da ist doch ein bisschen mehr Wind als unten Aber ich glaube der Heißlochballon hat gerade schon mal ein Landeversuch gestartet Hat nicht so ganz geklappt Wahrscheinlich gedingt durch den stärkeren Wind Das ist jetzt die Autobahn in Richtung Oldenburg Und man sieht auch im Hintergrund an Oldenburg Das ist jetzt die Autobahn Richtung Oldenburg Und man sieht auch im Hintergrund an Oldenburg Und jetzt war es so, dass es nicht mehr so ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020